40 Tage Reich Gottes Heute Tag Nummer 12 Und wir schauen uns an ein Gleichnis von Jesus über den Arbeiter im Weinwerk Und wir lesen davon in Matthäus Kapitel 20 Ab Vers 1 Jesus spricht Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz frühmorgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinwerk einzustellen. Jesus sagt, Nachdem er aber mit dem Arbeiter um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinwerk. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu dieser Sprache Geht auch ihr hin in den Weinwerk und was Recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin, wieder aber ging er hinaus um die sechste Stunde und neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihm, Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinwerk. Alles, als er aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinwerks zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von dem letzten bis zu den ersten. Und als die um die elfte Stunde eingestellten kamen, empfingen sie einen Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden und sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, Diese letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht. Die wir die Last des Tages unter Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Er stellt eine Frage und sagt, ist es mir nicht erlaubt, mit den Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Erste Letzte sein. Denn viele sind Berufene, aber wenige Auserwählte. Wir lesen hier von einem Gleichnis von Jesus. Und es hat zu tun mit dem Reich Gottes. Mehrere werden eingestellt, manche morgens, manche mittags, manche abends. Und der König selber entscheidet, wie viel jeder kriegt. Aus dem System unserer Welt müssten die, die den ganzen Tag arbeiten, mehr kriegen. Und die, die am Ende kommen, müssen weniger bekommen. Aber im Reich Gottes ist es anders. Aus unserer weltlichen Sicht ist es ungerecht. Es ist nicht fair, wie Jesus sich entscheidet. Aber Jesus stellt hier die Frage, darf ich nicht tun, was ich will? Die Gerechtigkeit des Reiches Gottes hat nichts zu tun mit dem Fairness dieser Welt. Jeder bekommt diesen einen, der nahe. Und hier sagt Jesus, die Letzten werden Erste sein und die Ersten werden Letzte sein. Jesus sagt, der Letzte wird erst sein und der Letzte wird letzt sein. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, was ich erlebt habe. Ich habe diese Bibelstelle oft nicht verstanden. Bis am 18. Mai 2013 hat Jesus mich einmal in den Himmel genommen. Und ich habe verschiedene Dinge dort gesehen. Und ich habe meine Verwandten gesehen zum Beispiel. Und einen Teil möchte ich euch erzählen. Und da kann ich euch dieses Gleichnis dann mit einem Beispiel erklären. Ich habe gesehen, ich habe Jesus gefragt, Jesus gibt es im Himmel abgetriebene Babys? Und ihr sagt, ja, sehr viele. Und wo ich das gefragt habe, sind wir in einen Bereich gekommen, wo ganz viele Millionen Babys waren. Und es war nicht möglich zu zählen, wie viele es sind. Es waren Millionen von Babys. Wie frisch geborene Babys. Wie frisch geborene Babys. Und ich frage Jesus, was sind das hier für Babys? Ich sagte, Jesus, was Babys sind diese? Das sind die Abgetriebenen und die Fehlgeburten. Und ich war so geschockt, so viele. Und ich frage Jesus, Jesus, so viele. Und ich sagte, Jesus, so viele. Sie hatten nie die Chance, das Licht der Welt zu sehen. Und ich frage Jesus, was wird gemacht mit diesen Babys? Und er erklärt mir, ich warte, bis die Mütter in den Himmel kommen. Und wenn sie in den Himmel kommen, dann gebe ich ihnen die Babys zurück. Und dann wollte ich wissen, wie das aussieht. Und dann wollte ich wissen, wie das aussieht. Jesus, wie sieht das aus? Und wir gehen weg von diesem Bereich der Babys und gehen zu diesem Bereich, wo die Mütter schon da sind. Und da waren so, manche waren zwei Tage da, manche waren schon zwei Jahre da. Und weil es da keine Zeit gibt im Himmel, beginnt das Wachstum des Babys in dem Moment, wo die Mutter ankommt. Und dann habe ich etwas gesehen. Die Mütter bekommen alles zurück, was sie auf dieser Erde verloren haben. Vollständige Heilung. Und ich habe gesehen, wie die Kinder anfangen zu wachsen. Anfangen zu reden. Anfangen zu laufen. Anfangen zu lachen. Und die Mutter erlebt alles mit. Alles, was sie auf der Erde verpasst hat. Als ich das verstanden habe, habe ich gesehen, was in dem Wort drin steht. Dass Jesus eines Tages jede Träne abwischen wird. Das Beste wartet noch auf dich. Und wenn du ein Kind verloren hast. Dein Kind wartet im Himmel auf dich. Mach ganze Sachen mit Jesus. Dein Kind geht's gut. Aber das Kind wartet auf dich. Und dann frage ich Jesus. Jesus, was ist mit den Babys, die keine Mama haben, die gerettet wird? Und weil sie haben doch keine Mama, die kommt. Also die haben doch weniger, wie die anderen. Ich habe gefragt nach unserem weltlichen Verständnis. Die haben mehr, die anderen haben weniger. Die Mütter, die eine Mutter haben, haben mehr. Und die, die keine Mutter haben, haben doch einen Mangel. Und die, die eine Mutter haben, haben doch einen Mangel. Und dann wollte ich wissen, was ist mit denen? Dann kommt einer von diesen Kindern zu mir. Das Kind war schon erwachsen und spricht zu mir. Nein, wir haben keinen Mangel. Unser Gott ist Vater und Mutter für uns. Wow, das hat mich so berührt. Und zum ersten Mal habe ich verstanden, was Jesus hier in diesem Gleichnis erzählt. Die, die eine Mama haben im Himmel, die haben Überfluss ohne Ende. Und die, die keine Mama haben im Himmel, die haben auch Überfluss ohne Ende. Es gibt nur Überfluss und Überfluss. Da gibt es nicht mehr oder weniger. Und da habe ich verstanden, was Jesus hier erklären will mit diesem einen Denar im Weinberg. Ja, egal wann du kommst, du bekommst das Gleiche. Nämlich das ewige Leben. Das ewige Leben von Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen. Mach ganze Sachen mit Jesus. Dein Kind wartet im Himmel auf dich. Und Jesus wartet auf dich im Himmel. Und wir wollen etwas zusammen lesen. Über dieses Gleichnis, das wir gerade durchgemacht haben. In Kolosser 1, Vers 13 steht drin, dass Jesus hat uns rausgerissen aus dem Reich der Finsternis und versetzten das Reich seines geliebten Sohnes. Ja. Who had delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son. Ja. Und das ist dieses Versetzen von einem ins andere hinein. Das ist dieser eine Denar, den Jesus uns erklärt in diesem Gleichnis. Wir müssen verstehen, im Reich Gottes gibt es ganz andere Gedanken. Im Reich Gottes gibt es keine Habsucht. Keine Konkurrenzdenken. Wir müssen lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn du zu denen gehörst, die ganz am Anfang reinkamen in den Weinwerken. Gönne es denen, die am Ende sich bekehren. Sei dankbar für deine Jahrzehnte, die du mit Jesus gegangen bist. Es ist ein Vorrecht, dass man Jesus sein Leben lang dienen darf. Änder deine Gedanken. In Römer 12,2 sagt es, wir sollen unsere Gedanken gut verändern. Und dieser eine Denar, was Jesus hier zeigt im Weinberg, ist der Lohn des ewigen Lebens. Das ewige Leben. Und ich möchte ein Gedicht vorlesen. Da steht drin, wir haben nur ein Leben, wie schnell vergeht die Zeit. Nur was wir für das Reich Gottes taten, bleibt in Ewigkeit. Oft sind es nicht große Werke, so gesehen von jedermann. Es sind oft die kleinen Dinge, die wir ganz still für ihn getan haben. Ich möchte dich ermutigen, dass du denkst, wie Jesus denkt. Dass du handelst, wie Jesus handelt. Dass du bereit bist, die Leute aufzunehmen in den Weinberg. Sei ein guter Arbeiter im Weinberg. Unser himmlischer Lohn kommt. Das ewige Leben. Ich möchte dich ermutigen, dass du treu bleibst, solange du auf dieser Erde bist. Und ein Gedankengut des Reiches Gottes entwickelst. Und ein Gedankengut des Reiches Gottes entwickelst. Wo die Letzten Erste sein werden und die Ersten Letzten sind. Und vergiss niemals. Und du bist höchst begünstigt. Tief geliebt. Und mächtig gesegnet. Und mächtig gesegnet. Und powerfully blessed. Amen. 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 Amen.